Der Gegner der Champions League heißt heute Manchester City und das Spiel schauen wir uns weiter an. Heute am Brocken, definitiv. Wir kommen ins Halbfinale. In der letzten Runde haben wir Juva ausgeschaltet, jetzt auch mit City. Mein zweiter Herzensklub soll, oder mein zweiter Favoritator-Club soll tatsächlich weiterkommen, soll natürlich, ja, wird natürlich schwer, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. So, okay. Das heißt, wir können ein bisschen durchrouten, müssen ein bisschen durchroutieren im Hinspiel. Das heißt, ich werde Olario vorne reinziehen, weil wir ja schon vor einigen paar Tagen das Spiel hatten. Arnold. So, Paulinho raus, mal Gustus spielen. Ja, so ewig viel rot dürfen wir nicht rotieren, weil, ne. Das heißt, ja, wir müssen wollen mit der stärksten Mannschaft auch da antreten. So, geht's gleich ins Mitch. Na dann. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er vier Tore machen. Heute wieder fit im letzten Spiel, in der Fall ist leider ausgewickelt worden. Hier ist live bei EA Sports. In Gelsenkirchen findet unsere heutige Partie statt. Ich begrüße Sie hier in der Arena auf Schalke. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatoren-Team Wolf Fuchs und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf das vierten Final-Hitspiel in diesem Wettbewerb. Schalke 04 gegen Manchester City. Ja, Wolf, ich bin sehr gespannt, wie Manchester City hier auftreten wird, welche Taktik sie sich zurechtgelegt haben. Auf dem Papier zumindest sind sie für mich favorit, was den Einzug in die nächste Runde dieser UEFA Champions League angeht. Aber wir warten mal. Ja, es wird nicht einfach werden. Hinspielen im Viertelfinale der UEFA Champions League. Genau, wir müssen es vor allem zu Hause richten, nicht auswärts. Hinspielen im Viertelfinale der UEFA Champions League. Aber wir müssen es heute auch nicht überwürdig machen. Ah! Halari heute wieder von Anfang an statt Kalajic. Für den Spiel in Stuttgart. Aber das Stuttgart-Fürfe wird auch mal Stirling. Könnte die Führung werden. Und neuer. Stuttgart-Stejk. Steffen im Viertelfinale der UEFA Champions League. Aber wir brauchen... ... Klasse! Jungs aus dem Pott. Stunden sind wir nicht gerade geimpft. Eure ist ein Führung, das sind wir heute ganz besonders. Eure ist das trefflich, eher in dem Moment. Ja, jetzt sieht die Wiatetta egood inיים. Das, seitdem ihr noch mal werden. genau so was auf die außenbahn jungs aus dem potz nicht und da hat man tatsächlich genau gemerkt die die das war hier noch mal dieser treffer ich habe natürlich nicht viel zu machen da ist die freude groß auch am spielfeld sie liegen hier vorne und also 90 minuten aus dem sieg tor für die führung für schalke ist der großen luca salario das heißt spiel hier viel viel täglicher sagen das war doch zu schwach als aufsichtiger bei größeres auf seiner seite spiel sie bleiben bei ihrer linie lassen sich von diesem knappen rückstand nicht irritieren der katholische der wälder die drei stadt und er macht so viel betrieb das ist ja schon eine dritte geführte jetzt die bräune es gibt alles über diese schalker seite von marco richter und weiter lässt sich von dieser grätsche nicht aufhalten druck ist im moment enorm hoch da verlieren sie den ball für gelöst da großen so ist es ja doch nicht so viel bildung in der spiel die auf dem weg zu tun kaltfall das die chancen und kriegt ja so ein blödes gegen so ein blöder fehler sie haben ja guter einsatz becker latzer fehler und der jeweilige city verteidiger die minute das ist ja so ist er weitermachen kann und er muss jetzt runter da hat er sich zu schwer verletzt das sieht nicht wirklich gut aus das könnte das knie sein gute besserung diese gräte und zwar keinen fall so geht weiter mit schiedsrichter so halbzeit bayern dortmund 1 jetzt muss aber mit ausgerichtet weil er hat aber keine power mehr deswegen der wechsel auf marco rollt und damit geht es nun weiter im viertelfinale hinspiel der uefa champions sieg spiel abschnitt zwei los geht's da ist der bräune das zu spiel von der bräune wird abgefangen aber verlos sie geben den ball bis jetzt wieder ab das soll das nächste spiel stehe da in der bundesliga für schalke dann geht es auswärts lecker legte leute jetzt ist es richtig gerade noch diese platte sind die vielleicht jetzt mit dem 2 2 2 2 2 3 3 Zwischen Reis und Aerario. Die Reis gibt es für euch, aber der sagt dann, ich bin noch per Sicherheit sicher, und dann ist das 2-1. Minimum eins brauche ich noch. Mindestens eins. Und jetzt liegt Manchester City hier zurück. Für Schalke 04, die Nummer 13, Lucas Alaino. Ja, schöner Ball gewinnen, aber City macht halt immer wieder. Die G-Spiel versucht, so im Hintern rumzuspielen. Schöne Zuspiel. Schalke mit dem Einwurf. Sie wechseln aus. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Reis! Das ist so gefährlich. Und dann ist es ja die Lanza, der mit dem Fall ist hier nur knapp das Dorf. Die Schalker sind ja dran, die bleiben ja auch dran. Sie dürfen nicht nachlassen. Das ist halt das Problem. Das haben sie beim 1-1 gemacht. Jetzt führen sie mal wieder. 63. Minute auf jeden Fall. Nehmen wir noch das 3. Das 3-1 auf dem Fuß. Sterling. Der Bräuner. Die Gäste werden wechseln. Ball geht aus, Sterling. Raus auf die Seite. Mit zwei Wimplen-Trägern noch da. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Gute Aktion. Und jetzt gibt's eine Ecke. Hecke Manchester. 69. 20 Minuten nach Rom. Neuer. Sicher. Habtals. Meiner Meinung nach. Da können sie erstmal klären. Na, das habe ich mir über Habtals auf der ersten Seite da. Ja, ich denke, die können wir gehen können. Das müssen wir dürfen, wie auch immer. Schau. Keiner. 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 Nächste. Und ederson. Er hätte. Völk. XML. Das ist sicher. Normaler. Wie. Inhalter. Das ist aber so. Die Kiff. das ding raus schalte leimann das hat ja gar nichts das war viel glück dabei da geben können also da muss ich auf das hier und schnell mal der blick aufs nächste spiel der nächste geht er von schalke heißt erster es war so drei minuten sind noch zu spielen jetzt damit ist der ball weg sieht die regierung der ausgleich war die städte was irgendwie über die reihe zeit bringen jetzt gibt es den endspurt drei minuten nachspielzeit konrad leimer es gibt drei schluss ein reichstoß zum vergessen das könnte besser und das ist und verdienen das nicht nur das sind für diese 2 in diesem hinspiel sie dürfen zuversichtlich ins rückspiel gehen wichtiges tor heute von ihm das entscheidende sogar guter auftritt gute wahl so und verdient war es nicht aber es ist halt auch nichts passiert so dann machen wir feiern wir sind zu der nächsten folge wieder und jetzt weiter mit dem spiel gegen die mainzer